Hallo Leute, wir sind hier bei Slovan Platz. Alex wird heute gegen Slovan HC spielen, die OL. Wärmen sich auf, die machen gerade Schissübungen. Viele Leute reden da, vor allem haben die Schissübungen gemacht. Und ja, wir werden hier auf dieser Seite spielen. Wie es aussieht, da oder dort. Hallo, mein Name ist Laventari. Wie geht's? Ich bin gut. Wie geht's? Ich bin gut. Und du? Ich kenn's. Was ist dein Name? Mein Name ist Bola. 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 Ihr Kind spielt in LRT? Ja, mein Kind spielt in LRT für lange Zeit. Welchen U? Ich denke, er spielt in U9 und der andere in Ulevu. Ah, also, du hast zwei Kindes. Du denkst, dass dein Kind heute gewinnen wird? Wir warten und sehen. Ich kann nicht wirklich sagen, aber ich hoffe, dass wir gewinnen. Ich auch. Du denkst, dass meine Kinder spielen? Ist das gut für dich? Ja, das ist gut für mich. Alle Eltern wollen ihre Kinder spielen, weil es ein sehr populares Spiel ist. Ich hoffe, dass meine Kinder spielen spielen. Ich bin sehr glücklich. Ich hoffe, dass sie besser werden können. Hast du schon schon gespielt? Ja, sie haben gespielt heute Morgen. Sie haben gewonnen. Ich kann nicht sagen. Sie haben gewonnen. 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 Ja, sie haben gewonnen. Das ist gut. Ich denke, das war ziemlich gut. Und wir sagen, bye für die Kamera. Okay, vielen Dank. LAC ist ein super, super Verein. Super Trainer, super Team, super Kids. Schuss! Wunderschönes Tor, genau auf die Ecke. 1-0 für LAC. Tor von Alex. Super haben sie gespielt, die Buben. Hallo, ich bin der Papa von Samuel. Wir haben das Match gesehen. Tolles Spiel. Die Kinder sind toll motiviert. Sie sind engagiert. Man zeigt die Zusammenhaltung. Diese Team-Spirit ist da. Ich bin stolz, dass die Kinder sich so weiterentwickeln. Samuel ist der Kapitän der Nummer 17. Wie sind Sie zufrieden mit der LAC? Ich bin zufrieden. Ich bin seit über einem Jahr dabei. Vorher war er in Favoriten. Ich war vier Jahre dort. Und ich bin zufrieden. Mein Sohn ist auch zufrieden. Beim LAC. Ich bin zufrieden. Wie war das Match? Wie war das Match? Wie war das Match? Gut. Und jetzt kommt es zur Chance. Und... Was hat der mal gehalten? Jetzt schießt er wieder. Und daneben. Äh, bravo les enfants. C'était super. Bravo LAC. C'était super. Vous avez très, très bien joué. Au revoir. Au revoir. Ich denke, wir haben gut gespielt. Alex. Alex. Blank Richtung Ango. 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 Ango geht alleine. Eine Trickstar hinaus. Torschuss. Schuss. Abseits. Aber wunderschön gemacht. 3-0. Tor von der Nummer 15. Und jetzt steht es 3-0. Anstrengend. Aber cool. Und der Torwart von LAC redet mit einem anderen Torwart da hinten. Das war sehr gut, dass ich ein Tor geschossen habe. Ich verdanke das nur Samuel. Weil er mir das Elfmeter... Pass. Laufpass um Alex. Wunderschön. Oh, 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 oh. Er hat geschossen. Er flankt aber gerade. Ah, egal. Er hat getroffen. 4-0 von Alex. Alex hat schon mal 2 Tore geschossen. Tor von Alex. 12 Tor. Und jetzt wird er ausgewechselt. Er war gut. Na ja. Ja schon. Es war sehr gut. Er flankte mal rein. Er flankte mal jetzt rein. Schuss. Ah. Wir haben wieder 2 Tore zu 0. Wir haben noch 2 Tore zu 0. Wir haben noch 2 Tore zu 0. Das ist eine sehr, sehr starke Partie von unseren Jungs. Mit extremem Gegenpressing. 23 zu 0. Das lässt sich wirklich sehen. Und er hat sie. Und er hat sie. Kannst du das in französisch bitte? In französisch bitte? En französisch? Ja, s'il vous plaît. Ah, beh, c'était un match très difficile. Ils n'ont gagné que 23 a 0. Das war wirklich gut. Das war wirklich gut. Und in der Endeffekt, wir haben noch ein paar Punkte gemacht. Er hat sie. 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 2. 2. 2. 2. 2. Zwei. Und. Pause. Es ist Halbzeit. Hallo. Es ist gerade Pause, wie ihr da sitzt. Wir. Wir sprechen jetzt gerade so wie in der Halbzeit zu trinken. Das Mets war sehr gut. Es steht gerade 7 0. Alex hat schon 2 Tore geschossen. Ich finde es sehr gut. Es tröpfelt ein bisschen, aber ganz wenig. Vielleicht wird es auch regnen. Also macht es uns bereit. Schuss! Tor! Ich stück jetzt gerade 8-0. Und ja, die erste Halbzeit ist zu Ende. LAC führt 7-0. Gute Halbzeit für LAC. Die Gegner haben fast gar keine Torchancen. Gutes Spiel für LAC. Und das zweite Halbzeit wird gleich kommen. Tschau! Er läuft allein. Alex schießt. Tor! Ein Volet-Tor. Ein hat Ango einen Schuss. Tor! Und er macht das 10. Tor. Und sein erstes Tor heute macht er für Ango. Angolo, Angolo. Gutes, er geht alleine. Er kann passen oder schießen. Und er schießt. Schuss! Dein elfter Tor! Der Tor hat die Nummer... Gute Halbzeit für LAC hat es hier ein Schuss. Tor! Das 30. Tor für LAC. Hallo, wir sind hier beim Slow-1-Hack-Platt. Ich habe heute drei Tore geschossen. Das hört sich nie mehr an, bis zu 10. Tor! Tor! Das 15. Tor schon. Schuss! Tor! 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 Tor vom Torwart! Tor vom Torwart! Tor vom Tor! Schuss!